Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Destiny. Ich dachte mir, neues DLC, die Händler haben neue Inventare und da werde ich euch das zeigen. Und zwar genau so, wie ich das freitags mit dem Inventar von Xur mache. Das heißt, ein bisschen im Schnelldurchlauf, denn die neuen Waffen haben wir ja vorgestellt und auch schon ein paar Aussagen dazu getroffen. Hier seht ihr dann noch zusätzlich die ganzen Rüstungsteile. Und das bedeutet, ich werde jetzt gleich die Klappe halten, damit ihr das Video genießen könnt. Ich werde das auch nochmal separat mit dem Riff machen, da aber dann ein bisschen genauer darauf eingehen und ein bisschen was dazu erzählen. Von daher viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.